So, herzlich willkommen zum heutigen Spiel, Wolf Fus und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und gleich geht's dann auch los. Ja, und ich bin es auch. Ein etwas holpriger Start, weil der Stream irgendwie abgestürzt ist. Darum also hier die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli. Nach der großen Blamage in Regensburg noch 3 zu 0 zur Verfügung noch mal zu verlieren. Tipp ich also, dass es morgen ein bisschen um Wiedergutmachung bei der Fortuna geht. Und ich glaube, dass wir eine sehr ähnliche Elf sehen werden wie die, die letztendlich auch in Regensburg gespielt hat. Quasi so zur Wiedergutmachung. Ein Wechsel bei mir, das wird man gleich sehen, wird sein, dass Marcel Sobotka in die Elf kommt. Anstelle des doch durchaus indispronierten Adam Bocek's. In der Hoffnung, dass dieses Mal vielleicht kein Elfmeter gegen uns gefiffen bzw. verursacht wird. Zwinker. Ja, ein Rasen in Düsseldorf vermutlich miserabel. Heute hat es jetzt hier auch noch ziemlich derbe geschneit. Ich glaube aber, gelesen zu haben, dass das Dach der Arena momentan zumindest zu ist. Das Spiel wird wahrscheinlich dann geöffnet. Gut, wir werden sehen. Oh ja, äh, Christopher Avervor kehrt zurück nach Düsseldorf. Ja, Semi-Allergie, auch gebürtiger Düsseldorfer. Ähm. Nährig wird nicht spielen können, der ist nämlich gelb gesperrt. Johannes Flum wird morgen da für ihn im Kader stehen, aber so etwas berücksichtigt FIFA leider noch nicht. Oh, der große Steffen-Schwurbel pfeift die Partie. Aber ich würde sagen, legen wir doch jetzt mal los. Das war ein schlechter Pass. Und das war auch nicht so gut gemacht. Nein, 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 nein. Och, wie schwach. Und das zum Glück auch. Könnte, wenn ich nicht umgehend den Ball verlieren würde. So, schön. Ja, und niemand rennt mit, herrlich. So klappt das nicht, Freunde. So mit Offensiv-Fußball und sowas. Aber diese künstliche Intelligenz ist so miserabel bei FIFA 18. Defensiv wie offensiv. Die Spieler verhalten sich schlicht und ergreifen nicht so, wie normale Fußballer sich verhalten würden. Der Ball ist weg, Abstoß. Dieselmann. Fink. Mhm. Wird's jetzt gefährlich. Vielleicht. So fortgab. Fink. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Tanz. Erstmal wieder weg. Alargui. Schade. Neuer Versuch. Da lief Usami natürlich genau in dem Moment weg, in dem ich ihn anspielen wollte. Aber wer wird denn über die künstliche Intelligenz der Computer-Mitspieler meckern? Ich bestimme nicht. Das war allerdings mein eigener Fehler, dieser schlechte Pass. Danke. Schade, die Geräte hätte man doch noch mal zeigen dürfen. Tja, ohne Worte, ne? Ein Kopfball aus wie vielen Metern? 20? Aber, wie gesagt, die künstliche Intelligenz der Computer-Mitspieler hier, in dem Fall des Torwarts, gar kein Problem. Das ist ja alles richtig so. Das ist ja ganz normal, dass 13, 14 Meter in den Kopfballtoren fallen. Das passiert im modernen Fußball. Das ist authentisch. Jetzt müssen Sie aufpassen. Viel vorwärts dran geht's. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Fink. Dieselmann. Da muss er flanken. Da ist die Flanke. Aber zu wem? Den klärt er gut. Ja, das war Schrott. Ja, das war Schrott. Buadus. Sopotka. Rahman. Da sind Mitspieler frei. Ja, leider darf ich nicht an den Ball. Warum weiß ich übrigens auch nicht. So, Bota. Nährig. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt der Schuss. Jetzt gibt sie einen. Ist das mal wieder spaßig hier. Hurra, Hurra. Ecke kommt rein. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Zander. So, Bota. Mit dem Ball am Fuß. Richtung gegnerisches Tor. Ja, ja, komm. Lass den noch alle gewähren, bitte. Lass den noch alle durch. Ist das schlecht, ey. Klasse gehalten, tolle Aktion. Klasse gehalten, tolle Aktion. So, Bota. Buadus. Steh auf, du Memme. Sofort, K. Zimmer. Hand. Oh, Deckstoß. Da kommt die Ecke. Hennings. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball, harmlos. Sehr undurchsichtig. Nährig. So, Bota. Jetzt gibt's einen Einwurf. Zander. Al-Agui. Gut verteidigt hier. Fink. Den Ball kann erklären. Hennings. Sobotka. Gieselmann. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht. Forsten, aber es geht weiter. Ah, natürlich. Warum sollte ich auch mal Glück haben? Wenn das Spiel entschieden hat, dass es keinen Spaß machen darf. Halt diesen Ball ab. Jetzt könnte es gefährlich werden. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Sehr starker Angriff. Der Kopfball ist nicht drin. Sie bleiben weiter am Ball per Kopf abgelegt. Rahman. Sobotka. Jetzt müssen Sie aufpassen. Flanke kommt. Ist das die Chance? Ganz starke Aktion vom Torhüter. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Sobotka. Alagui. Alagui. Nährig. Ganz wichtige Aktion hier. Wieso? Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Menschenskind. Jetzt wird's gefährlich. Fink. Das macht er gut. Klasse gemacht. Ah. Klatte. Was für ein Pech. Das wäre ein super Tor gewesen. Toller Lupfer. Ich dachte, der Torwart käme irgendwie raus. Ausgleich für den Töns. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Pass auf außen. Da trennt er ihn vom Ball. Sobotka. Hennings. Schade. Ballverlust. So gute Ideen. Taktisch. Nicht Geld kriegen müssen, aber du bist halt ein schlechter Scherien. Ach man. Manus. Äh. Und jetzt die Chance. Forstenschuss. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Jetzt kommt die Ecke. So, Situation bereinigt. Die Baller. Nein. Da kommt der an den Ball. Die Mitspieler kommen hin zur Hilfe. Sehr gut aufgepasst. Guter Ball nach draußen. Hennings. Das könnte gefährlich werden. Upside. Wir haben gar nicht lange diskutiert. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Er überzeugt heute als Passgeber. Das könnte der Gelegenheit werden. Ach Mist. Gute Flanke. Oh mein Gott. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr Bespiel. Absolut unverdienst. Wirklich. Ich habe die Chancen und die machen die Tore. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Ja, schaut gut aus wie, ey. Die Verkaufszahlen stimmen. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Abwehr und aufgepasst. Hennings. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2 zu 0 in vorn. Ich habe keine Lust, wenn das alles zu kommentieren ist. Quatsch. Durchgang 2 hat begonnen. Warum sollte mein Spieler auch irgendwann mal so ein Pfeil abwangen? Obwohl die Laufwege und alles stimmen. Das ärgert mich so maßlos. Ne. Das war aber auch nichts. So wie ich. Oh mein Gott. Gut gemacht. Der hat den Ball erobert. Zulässig mit der Hacke. Der Ball ist weg. Ich spiele aber auch selber keine gute Fußball. So wie ich. Das 2 zu 0 war schon, ich war drauf und dran den Ausgleich zu machen, aber das 2 zu 0 aus dem Nichts muss man ja sagen. Das war schon bitter. Und das war nichts oder was? Das gibt's doch nicht. Und nun, die Partie hier unterbrochen sieht nach einer Verletzung aus. Och Gott ey. Das ist wirklich unfassbar, was dieses Spiel mit einem macht. Nein. Ihr habt keinen Spaß mit FIFA. Ihr nicht. Was, 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 was denken die sich dabei? Dass, dass das Leuten Spaß macht? Dass das hier Leuten Spaß macht? Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. So Bota. Die Leute finden's bestimmt gut, wenn sie, wenn, wenn der Computerspieler aus einer Torchance quasi 2 Tore macht. Und sich dann noch die eigenen Spieler verletzen. Man insgesamt einfach das Gefühl hat, dass man ständig von der künstlichen Intelligenz entweder im Stich gelassen oder betrogen wird. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Das ist natürlich harmlos. Wer denkt, dass das hier ein Spaß sein soll? Wirklich. Wenn EA nicht die Lizenzen hätte, wirklich, ich würde woanders hingehen und das spielen. Leider kann ich mit der Fortuna nur bei EA spielen. Und nicht bei Konami. Zimmer. Ja, das ist schade, ne? Das wollen wir hören. Wir Spieler. Das ist schade, dass wir das Tor gemacht haben. Aktueller Spielstand, jetzt also 2 zu 1. Dutziak. Diamantakos. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und er gewinnt den Zweikampf. Früh wird er jetzt gestört. Klar, gibt Einwurf. Rahman. Sobotka. Kahn-Eyha. Gut gespielt. Ball geht nach außen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das könnte gefährlich werden. Könnte jetzt was werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Superspiel. Und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent. Dem Spiel sein Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Da passt er auf und kann klären. Sobotka. Das könnte die Chance werden. Geht nach innen. Das sieht gefährlich aus. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Boah, wie hat er den Ecke halten? Ja, mein Verteidiger kann nicht mal abstauben. Obwohl ich die Taste hämmere. Könnte jetzt eine Chance entstehen. Huuuuhh. Ja, Mann. Ball kommt an. Was machen Sie daraus? Da macht er ihn rein. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach zwei Toren Rückstand. Und auch da. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen. Wirklich. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauer ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Alles wieder offen hier. Flum. Dutziak. Wird's jetzt gefährlich. Gut gemacht da draußen. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Kubala. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Harvard Nielsen. Jetzt vielleicht der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Danke, danke, danke. Und das war Traumtor, wir sehen es hier nochmal, unhaltbar, in den Winkel. Nichts zu machen für den Keeper, zu gut der Schuss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht, er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. So, Botha. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Aktion jetzt. Zander. Kubala. Macht er ihn. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Kubala. Das könnte die Gelegenheit werden. Hennigs. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Zander. So, Botha. Hoffmann. Gieselmann. Toll. Awe vor. Kubala. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da verlieren sie den Ball. Was soll ich da verteidigen? Erklärt es mir jemand. Ich weiß es nicht. Eigentor. Drehn die für Quatsch. Und wir kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3 zu 3. Abgefangen. Gut gemacht. Spielt den Ball direkt zurück. Dutziak. Das könnte die Chance werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und er schießt. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. Jetzt wäre es so schön, wenn ich auch den Ball mal wieder haben dürfte. Wenn der Computer nicht einfach das Spiel alleine spielt. Wie wäre das? Ja, guck sich einer das an. Pass auf die Außenbahn. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. So, Bota. Ganz stark gelöst. Der Arteball. Ja, da hat er klasse aufgepasst. So, Bota. Wird jetzt gefährlich. Bra, Mann. Er bekommt die Unterstützung. So, Bota. Die Möglichkeit zu flanken. Entschlossen, geklärt. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Wird das eine Torchance? Gute Aktion. Gut geklärt. Das war einfach für den Torwaffen. Da ist er da. Da können sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remi. Flum. Flum. Gute Flum. Gute Flanke. Und den Schuss. Locker an der Spieler. Viertel. Harald Nielsen. Wir werden deshalb trainiert, hoffen, dass es besser wird und ich sag tschüss. Vielen Dank.